Musik Start Nummer 22 führen dahinter Gesamtwertung Janne Holz vom SC Degenfeld. Start Nummer 20 ebenfalls von den Skiverbänden Baden-Württemberg, Amadeus Horn-Gacher, SC Hinterzarten, Julian Hilmer vom SC Degenfeld, Max Unglaube vom DSV 1923 Bad Rhein-Walde, der nächste Springer trägt die Start Nummer 41, Julian Fussi vom SC Ruhbeuling, der nächste Springer trägt die Start Nummer 39, Lukas Nellen-Schulte vom SK Winterberg. Ebenfalls vom Bayerischen Skiverband mit der Start Nummer 35, Alex Reiter, SC Oberstdorf. Klara Lebelt vom VSC Klingenthal, Skiverband Sachsen. Die nächste Springerin mit der Start Nummer 4, Anna-Fee Scharfenberg vom SC Motor Zellermin. Die Start Nummer 10, Joana Eballe vom SC Oberstdorf. Die Start Nummer 48 hält sich bereit, Lukas Geyer vom WSV 08 Blauschau. Weiter geht es mit der Start Nummer 51, Martin Hamann von der SG Nickelhütte Aue. Nun die Start Nummer 46 vom Thüringer Skiverband, vom SWV Goldlauter, Felix Hoffmann. Mit der Start Nummer 14 in dieser Altersklasse, im Leibchen der Führenden in der Gesamtwirtung, Ronja Drax vom SC Batenkirchen. Nächste Athletin mit der Start Nummer 13, Alvin Holz vom WSV 1923, Bad Rheinwalde, Landesskiverband und Maike Tyrala in der Spur. Musik 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 Moritz Therai, er trägt die Start Nummer 20, kommt vom WSV 1923, Bad Freienwalde. Musik Musik Mit der Start Nummer 23 sehen wir Ansgar Schupp vom TSV Buchenberg Bayerischer Skiverband. Musik In der Start Nummer 22 hält sich Maximilian Urbereit, er kommt vom SC Batenkirchen Bayerischer Skiverband. Musik In der Start Nummer 14 sehen wir Jonathan Geräbert vom BSV Oberaudorf Bayerischer Skiverband. Musik Die Start Nummer 2 ist die Start Nummer 2 und der Start Nummer 1 in der Jugend 16 weiblich, Sofia Ecklisberger vom SC Batenkirchen Bayerischer Skiverband. Musik Die nächste Athletin, die auf dem Balken bereit ist, trennt die Start Nummer 3 und das ist Maja Lohr vom VSC Klingenthal Skiverband Sachsen. Es folgt die Start Nummer 33, Jonas Rudloff, TSG Rula, Thüringer Skiverband. Musik Start Nummer 30 getragen von Kenny Schönfelder vom SSV Geyer Skiverband Sachsen. Musik Ebenfalls Mika und zwar Mika Ketterer mit der Start Nummer 29. Er kommt von der Skizunft Breitenau Skiverband Baden-Württemberg. Musik Weiter geht es mit der Start Nummer 5, Amelie Steiner vom SC Nenzen Schwand, Skiverband Baden-Württemberg. Musik Mit der Start Nummer 9 auf dem Balken auch ein Heimspiel für Maria Gerbot vom WSV Schmiedefeld Thüringer Skiverband. Musik Bereit ist zum Abschluss der Jugend 17 weiblich mit der Start Nummer 8, Ronja Lohr vom VSC Klingenthal Skiverband Sachsen. Musik Mit der Start Nummer 4, erste Springerin in der Jugend 17 weiblich, Magdalena Burger vom SC Partenkirchen Bayerischer Skiverband. Musik Die Ampel wird wieder gestartet, führt die Start Nummer 10, Svenja Wirth. Und SV Bayersbronn Skiverband Baden-Württemberg. Weiter geht es mit der Start Nummer 11. Und das ist die Start Nummer von Jenny Nowak vom SC Soland Skiverband Sachsen. Musik Sehen wir nun mit der Start Nummer 43, Christian Frank vom SK Berchtesgaden Bayerischer Skiverband. Musik Die nächsten beiden Springer kommen vom Bayerischen Skiverband. Zunächst die Start Nummer 42, Simon Macht vom TSV Buchenberg. Musik Vom SC Waldau mit der Start Nummer 37, Firmin Mayer, Skiverband Baden-Württemberg. Musik Mit der Start Nummer 41 folgt Jan Andersen vom SC Königsbronn Skiverband Baden-Württemberg. Musik Mit der Start Nummer 45 folgt Wendelin Tannheimer vom SC Oberstdorf Bayerischer Skiverband. Musik 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 Jawohl, jawohl, und die Stücke einsetzen, auf geht's, geht's! Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020